Ich bin vom Kopf des Uhrs auf Liebe eingestimmt. Lassen Sie sich ein auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Und begleiten Sie die Kölner Sängerin Christina Linden in die Zeit, in der das Radio groß war und die Bilder laufen lernten. Begegnen Sie den großen Diven wie Zara Leander, Hildegard Knef, Marlene Dietrich, Lilian Harvey und Alexandra. Lassen Sie den großen Ballon, nimm fest in deine Hand und stell dir vor, er fliegt mit dir nach oben, in dein klemmes Milchenland. Kauf dir einen guten Luftballon, hell nur lichter oder grün. Wir haben heute die klemmen Sterne und dein Schicksal ist doch meins. Dann müssen wir fern und doch nicht hell, denn unsere Seelen sind eins. Im Jahr 2005 verliebte sich die Altistin in die Stimme der legendären Sängerin und Schauspielerin Zara Leander. Zutiefst beeindruckt entschloss sie sich zum Aufbau eines Programms, das sich den großen Diven des letzten Jahrhunderts widmen sollte. Am Klavier wird sie hierbei begleitet von dem Pianisten und Komponisten Thomas Guthoff. Mit ihm hat sie einen großartigen Partner gefunden, der sie seither in ganz Deutschland mit dem Programm Zeit der Sehnsucht, Erinnerung an Zara Leander und andere große Sängerinnen des letzten Jahrhunderts begleitet. Schwellen Sie in alten Erinnerungen und seien Sie live dabei, wenn Evergreens von Glenn Miller, Louis Armstrong, Nat King Cole, George Gershwin und anderen Protagonisten des letzten Jahrhunderts neues Leben eingehaucht wird. Musik Musik Christina Linden und ihrem Pianisten Thomas Guthoff gelingt es mit Leichtigkeit, den Zuschauer in der Gegenwart abzuholen und in die Vergangenheit zu entführen. Dabei lässt die außergewöhnliche Stimme der Altistin Christina Linden jeden Titel in neuem Glanz erstrahlen. Musik Auch mit ihrem englischen Programm My Favorite Things fasziniert das eingespielte Duo ihr Publikum. Hier präsentiert sie unvergessene Evergreens und fasziniert mit großer Ausdruckskraft ihrer Stimme. Übrigens, für beide Programme schrieb Thomas Guthoff unter anderem neue Arrangements. Musik 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 Sie sich ein in die Referenzliste, wie zum Beispiel Lions Club Wertheim, Schloss Raden, Kölner Dumont Kleinkunstfestival, die Siemens AG, Schloss Eulenbroch, Königshof Dresden, Bühne Bärenstark, Kulturscheune Nippes, um nur einige zu nennen. Genießen Sie einen unvergesslichen Abend mit dem Duo Christina Linden und Thomas Guthoff. Viele Infos finden sie auch auf der Website unter www.christina-linden.de Nietzsche. Applaus 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 Vielen Dank.